Hallo Leute, willkommen nicht zu Common Unconquer, Let's Play, nein, sondern zu meinem Informationsvideo zu Common Unconquer, zu meinem Let's Play nämlich, ich habe jetzt erst zwei Parts aufgenommen, es wird bald der zweite online kommen, gestern, es wird wahrscheinlich gestern am Montag wird das sein, der erste Part online gekommen sein, und dieser kommt dann der zweite, heute ist der Moment, ich vergiss immer das Datum, wer nicht, der zweite, zehnte, vierte, und naja, am Samstag habe ich den zweiten Teil aufgenommen, und ich sage euch, das war der reinste Horror, wie oft das abgestürzt ist, habe ich gesagt, ich pausiere das Projekt, ich beende es nicht, ich pausiere es, ich werde irgendwie es schaffen, es zu fixen, allerdings nehme ich mir jetzt ein bisschen Zeit dafür, und dazu muss ich das Projekt pausieren, es tut mir leid, aber es ist einfach so. Was geht so zu sagen, es kommt ein Start dessen ein anderes Projekt, wer dann nächster Teil, ja, wird dann nächster Teil kommen, gleich nächsten Tag, ich nehme jeden Tag immer jetzt zwei Videos hoch, meistens immer okay jetzt zur Zeit, aber ich bin auch am Anfang, okay. Was ich noch sagen will, oh, Pokémons Projekt ist endlich abgedreht, also könnt ihr euch auch schon mal freuen, dass ich da noch mehr aufnehmen kann, und naja, Schadion kommt und kommt quer, Pause, bis ab unbestimmte Zeit. Es ist nicht abgebrochen somit, Leute, ja, es ist nur wirklich pausiert, bis ich das mal hinkriege, weil alle 15, 20 Sekunden Absturz oder alle 5 Minuten wieder neu laden, wieder die gleiche Situation sehen wie vorher, das geht nicht, Leute, okay. Ich habe schon selber gemerkt, es ist nicht optimal, und wer schaut sich das schon an, dann auf Dauer. Ja, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen oder mir ein bisschen Zeit geben. Ich sage, bis zum nächsten Projekt, das ihr bei mir mit ansieht. Ich sage, bis zum nächsten Projekt, das ihr bei mir mit ansieht.